Hallo, hier ist Günther von Scootertun und bevor ich jetzt mit den Reifen zum Wertstoffhof fahre und die alten Reifen dahin sorge, zeige ich euch noch, was Hermann im Allgäu erlebt hat. Wir waren ja ein verlängertes Wochenende mit drei Fahrtagen Anfang Juni im Allgäu bei leider durchwachsenem Wetter, aber wir haben uns recht gut durchlaviert. Schaut selber und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like oder ein Abo. Würde uns sehr freuen. Bis dann. Ciao, euer Günther. Musik 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 Musik